wo ist das familienfoto auf mich zu jagen nackt ich gleich zurück gut dass die dinger leuchten aber hier sind sackgassen was muss ich noch fotografieren ich habe es vergessen und dann kann ich das noch mal irgendwo nachgucken kann ich das noch mal irgendwann nachgucken was ich fotografieren muss wieder raus kann die tür nicht aufmachen aber hier ist jetzt der ober drin eine sache fehlt noch aber was war das der ober ist jetzt hier drin stark opa darf uns nicht erwischen raus leuchtet hier noch irgendwas das in der küche also in der küche müssen wir jetzt den den circle malen in die punkte 2 4 und 6 müssen wir deko oder sowas und pflanzen und so stellen und in die mitte ein entertainment also den fernsehen zum beispiel oh mein gott also pflanze welche pflanze ist es egal ist ein bilderrahmen und und Es ist jetzt eigentlich nun egal, was ich für Deko nehme oder nicht. Sonst kann ich ja auch das hier nehmen. Das ist Deko. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist auch Deko. Das geht anscheinend so nicht. Was soll das sein? Eine Lupe. Die Pflanze stimmt auch nicht. Das Ding stimmt auch nicht. Echt jetzt? Kann es auch echt kompliziert machen. Das ist jetzt das Richtige? Und bei der Pflanze, du, das könnte so gut wie die Pflanze sein. Könnte auch die hier sein, die Arme. Und bei der Pflanze, du, das ist ja auch der Pflanze. ein bisschen drüber, oder? Komm, der Opa ist hier hinten die ganze Zeit in dem Raum. Ich komme hier überhaupt nicht rein. Guck mal hier. Oh, wenn es grün leuchtet, ist richtig. Ist das aber hier nicht richtig. Aber was soll das sein? Oh, das habe ich gar nicht fotografiert. Kann das sein? Aber warum auch immer hat es ja schon funktioniert. Äh... Das wäre gemein, wenn Sachen hier drin sind. Aber vielleicht habe ich ja auch schon Sachen kaputt gemacht. Die jetzt hier gebraucht werden. Weiß das jemand? Und... Und... Ich geh jetzt hier rein. Muss Opa uns halt erwischen, I don't know. Muss. Ähm. Was? 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 Zur Hölle. Das ist einfach ein Ouija-Brett. Jetzt kommt der Opa schon wieder. Ich suche eine Lupe, Junge. Oder ein komisches Ritual. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber hier ist keine Lupe. Und auch keine Pflanze. Weg Opa. Das ist aber auch nicht die richtige Pflanze. Nee, also das finde ich jetzt ein bisschen anstrengend. Das weiß nicht. Das hat für mich gerade nichts mit dem Spiel zu tun, was ich hier gerade eigentlich spiele. Ich kann mir ja glaube ich nicht mal mehr angucken. Oder nirgendwo angucken, was genau ich jetzt brauche. was ich da hinstellen soll. Wenn man wenigstens irgendwie einen Hinweis bekämpft. Wo ungefähr die Lupe ist. Oder wo ungefähr diese Pflanze ist, die ja unbedingt gebraucht wird. Weil hier drin habe ich nirgendwo eine Pflanze gefunden. 行? Hm? Nee, das ist doch doof jetzt. Aber dann kann ich den Raum dort hinten auch nicht renovieren. Hm. Nee, das finde ich gerade ein bisschen doof. Das macht keinen Spaß. Die anderen Sachen, die anderen Mini-Rätsel und so waren alles noch ganz cool. Aber das... Das nicht. Ja. 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 So. Oder kann ich die Sachen kaufen, die dort gebraucht werden? Was ist Looper auf Englisch? Weiß ich gerade nicht. Brauche ich selten in meinem Leben. Hm? Hm? Oh Mann, jetzt habe ich einen quatschigen Hals. Aber das ist doch genau die Pflanze, die er will. Aber die dreht sich hier nicht. Was heißt Looper auf Englisch? Das ist was super Simples. Das Ding stimmt ja aber auch nicht. Das hatte ich ja schon drin, das Radio. Ich weiß nicht so richtig... Not municipale. Was möbete?